Nee, was soll ich? Ich brauch keinen Tabletten. Waschmaschinen-Schlauch? Nein. Geht los übrigens, Leute. Ich brauch keinen Waschmaschinen-Schlauch. Du könntest auch die Sachen kombinieren. Nudeltabletten und Waschmaschinen-Schlauch. Wo bin ich denn? Oh, warte. Tisch-Sets, die aussehen wie ein Pacetten-Rekorder. Nee, danke. Brauch ich auch nicht. Warum bin ich dieser komische Typ und nicht Wardo, der ich sonst nicht? Weiß ich auch nicht. Wieso bist du der komische Typ? Was hast du da gemacht? Ich hab nix gemacht. Doch. Achso, die sind unzerstörungs. Warum? Bist du der Typ? Ich weiß es doch nicht, Mann. Irgendwas musst du getan haben. Ich hab überhaupt nix getan. Ich hab den Controller nicht in meiner Hand gehabt. Ich kann ja nicht sagen, dass du plötzlich nicht mehr Glowbox bist. Hä? Was ist da da los? Das haben wir falsch gemacht. Was ist los? Musst du noch mal Suizid machen? Warum denn jetzt Suizid? Ich weiß nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl, das ist komisch. Gehören die Beine zu diesem Ding? Du bist nicht Glowbox? Nee, ich hab wirklich... Ja, egal. Du hast die ganze Zeit gesagt, Glowbox sein ist das Wichtigste. Ja, ich will ja auch weiter Glowbox sein. Aber... Ich versteh das ja. Aber man kann auch inhalen. Ich hab noch... Wir müssen inhalen, als wir da... Ah, okay. Vor allem müssen wir inhalen. Wo wir grad verreckt sind. Warum ist der zu töten? Nee, ähm... Wenn da dieser... Knopf kommt, müssen wir inhalen. Der Knopf? Meinst du? Wir haben eben geschossen und die bescheuert. Das ist nichts passiert. Das ist die eigentlich logische Konsequenz. Nee. Ja, keine Ahnung was man da bei uns machen soll. Hör ich mal umsonst Suizid. Das ist ja ein Ding. Guck. Wenn man die so reinstopft, dann muss doch eigentlich was passieren. Ja. Serious. Hat halt passiert was, aber wir merken es gar nicht, wie gut es ist. Äh, vielleicht weißt du? Nee. Oder ein Hindernis in der Zukunft beseitigt. Tatsächlich hab ich das verstanden. Ah, also Stachlo. Wozu sollte man überhaupt inhalen? Man ballert doch nur. Wer ist denn das? Inhalen? Die Fledermäuse. Van Halen. Schieß da hin. Was ist das für ein Ding? Ich glaub mit irgendwas davon leuchten wir. Also wir leuchten, dass die Fledermäuse... Guck mal hier wird über die Ecke geschossen. Nee, da war grad so ein Teil, das mich nicht zuordnen kommt. Ach, man schießt dann die Ecke auf die Lichter, damit die Fledermäuse eigentlich so traktieren. Guck mal, hier kann man dann auch... Das sind die Leuchten, die Dinger. Ja, man muss auf die Leuchten-Dinger. Manchmal geht's nur ums Eck. Eigentlich ballert man eh die ganze Zeit. Und hier muss man mit dem Wind fliegen. Ich drück nur Ballern. Aber du fliegst ja auch. Ja, stimmt. Ach, kann man gar nicht nach hinten schießen, sondern nur mit der... Nein, nur da vorne, über Bande. Die Geschichte, ja. Nein. Äh, springen ich noch auf? Nein. Ich springe ich noch in hell. Nein, der ist springen ich noch. Das ist nur unterschiedlich? Nein. All die dich aber in hell. Ich bin trotzdem. Und ich hab' im Schnabel. Geil weggeballert. Oh, ich hab' nicht schlägen genug in hell. Ach, ah! Wichsel. Wie bist du vom Globox zu dem Mann? Das weiß ich wirklich nicht. Hast du's gesehen? Wir kriegen nicht für beide, sondern nur einer. Und das bringt auch nichts. Wir kriegen nicht für beide, sondern nur einer. Wenn wir einen Herbst sammeln. Nein, das meine ich nicht. Es ist egal, wer es einsammelt. Ja, ich meine, wenn ich einen habe und die dann einsammeln, dann kriegst du ihn, glaube ich. Wir haben Theorie. Das wäre ein krasses Gameplay-Design. Ich weiß nicht, ob man das zu Gameplay-Design sagen kann. Boah, reingefallen. Der derbe Donkey Kong hier. Steuert sich besser. Ich kann es vielleicht beurteilen, weil es ist nicht lange her, dass wir das gespielt haben. Nein, ich meine die neuen Donkey Kongs. Was wäre dahinter noch gewesen? Vielleicht Capri? Wer ist Capri? Eine Insel. Kommt jetzt die Sonne her? Ja. Jeden Morgen. Wir kriegen keine Gold-Medaillen. Doch. Nein. Also die Gold-Medaillen, die kriegen wir nie. Ja, das wollte ich eigentlich als Dame sagen. Ich will sie nie kriegen. Dafür muss man aber auch einfach sehr gut sein. Aber uns fehlt meistens nicht so viel. Ach Mann. Ich dachte, wenn du nicht mehr Glovox bist, dann bist du auch nicht mehr bösartig. Dieser Meister-Beiß-Move ist ganz geil. Meister-Beiß-Move? Beißen. Neues Level, neue Welt, meine ich. Sie heißt? Glovox Valley. Gormandland. Ist Gormandland. Polar Pursuit. Polar Pursuit. Natürlich. Heißt das? Eis? Soll ich ausmachen? Was wird so ausmachen? Das ist wie die Euro-Programm. Das ist schon genügend lang. Aber da hätte ich mich wirklich geärgert, wenn nicht das jetzt ausgemacht hätte. Guck Eis. Fuck ey. The favorite element. Oh ne, auch hier ist es rutschig. Was ist mit Eis? Oh, abgebrochen. Die Zahn. Guck mal. Schlägt. Die Gäse gegen die Glovox. Ja, wer war schuld. Hä? Warum denn? Ich hab doch nichts gemacht. Naja, du hast nichts dafür getan, wieder Glovox zu werden. Du bist doch einfach in die nächste Welt gewatschelt. Du hast gesagt, ah, ist mir egal. Ich bin auch gerne nicht Glovox. Naja, aber das meine ich doch nicht so richtig ernst. Das wusste ich nicht, tatsächlich. Ich kann nichts sagen, wenn ich dieser Typ bin. Weil diese Blase. Ist ja echt ziemlich ein Betrug. Wenn ja dann alles normal könnte. Ja. Ich komm hier nicht raus. Rauf. 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 Ost-Ponk. Oh, mein Gott. Und schießt ein Name. Das ist ein widerliches Spiel. Hä? Das ist ja eine Ananas. Ey, das ist wirklich wie bei Donkey Kong Tropical Freeze mit den Frozen Fruits hier. Weil das hat Donkey Kong geklaut von Rayman. Ich komm nicht bergauf. Danke. Ja, hast du voll gebraucht den Schlubs. Du konntest ihn auch. Du hast ihn nicht gebraucht, aber du konntest ihn gut verwenden. Da ist eine Zitrone. Eine halbe. Ich bin... Das ist auf der Gabel. Die meckert. Guck mal wie die meckert Alice. Du tritt richtig durch. Völlig ohne Grund. Oh. Oh. Die sind ja tödlich. Die sind ja tödlich. Oh, die Gabeln sind tödlich. Wusstest du das? Nein. Das muss... Dann geh die runter mit der Zeit. Die runter. Und dann ist die... Guck mal. Ja, aber du hast echt gedüßt. Du bist echt gedüßt. Aber du hast den... Den Paligen verpasst. Oh Mann, will ich... Daneben, ey. Oh, ne. Aber guck mal, ich hab mit meiner Faust den einen noch geschnappt. Oh, da macht er ihnen zu. Der sauren. Oh, so funktioniert das. Man darf mal einmal kurz drauf tippsen. Ganz kurz. Hüpfen ist okay, aber alles... So muss man das machen. Geil. Ich hab den krassen Move herausgefunden. Die Musik ist ja entspannt. Ich glaube, das ist so eine Hölnensache hier. Auch da hab ich nicht gerechnet. Da kommen die Lummi's. Gott. Wieder in den Runscore-Store. Vor allem aber der Schreck. Hä, wieso war ich denn jetzt plötzlich platt im... Stopp! Ja, ja. Uh. Warte. Der leidet so krank. Aber ich kriege noch ein Move. Move? Ja, quit drooling on me. Drooling, sabbern? Drooling? Drooling? Sabbern. Auf, zu sabbern. Weil ich so knapp bekleidet ist. Hä? Du hast mich in die tödlichen Piranhas geschwissen. Ich war doch eigentlich lebendig zu dem Zeitpunkt. Nee. Du bist ja gar nicht geworden. Ja, aber ich hab nichts dafür getan. Nichts gedrückt. Weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Darf aber... Du bremst mich aus mit deiner Scheiße. Krass. Bei den Brüdern, alter. Das ist wie du. Geil. Mein Tod hat mir Loomis gebracht, weil ich die Münze an die Mann hatte. Und das hat geklappt? Ja, weil ich dadurch gestorben bin, dass du mich outgerunnt hast. Ja, ja. Man muss ja trotzdem eine gewisse Zeit die Münze... Nein, das kann ich nicht. Boah. Ich dachte, ich komme mehr durch. Kein. Das muss erst noch viel. Es ist die Münze sehr schlecht. Mal kucken. Das ist auch eine Louis, ne? Power to Change Size. In der zweiten Linie. wollen immer wenn wir wollen ist er nicht fahre zu stellen ein automatischer klein die bichte er will beheiratet ist mit mir passiert und dass sie einen zweiten Ich will dein Erster sein, der es schafft. Ist das schwierig? Kleine Freunde. Man versteht gar nicht, wie schwierig es ist. Ja, Punkt. Kleine Freunde. Oh Gott, ich werde durch das Kuhnfeld gebarnet. Kuhnfeld. Das muss gar keine Chance gegeben, alle Loomis zu sammeln. Welche Loomis? Die man aus den Gegnern sprügelt. Ach, Loomis hin und Loomis her. Es geht ja nicht um 100%. Sag mal, du... Worum gegen soll es da gehen? Ich weiß nicht, wie du sagst, du möchtest ein philosophisches Thema. Ja, ich weiß es tatsächlich. Ich wundere mich sehr selbst. Ähm, was ist denn hier los? Ah, der... Oh, wir sinken. Wir sinken. Spring doch! Ich habe noch nicht gesagt... Oh nein! Ich habe noch nicht gesagt... Oh nein! Ich habe noch nicht gesagt. Ähm... Oh nein, fange! Wieso befreist du mich nie? Wieso befreist du mich nie? Du hast noch nicht gesagt. In einem nachvollziehbaren Zusammenhang... Ich wäre gerne mit mir selbst befreundet. Ja. Ja. Und dann sagte mein... Mein Gespräch... Ich schließe nach oben. Ich jumpe. Nein. Habe ich auch noch rumschlagen. Ja, aber zu spät. Jetzt ist es voll gut. Oh nein! Wäre das nicht jeder gerne? Nein. Das war auch mal eine erste Reaktion, aber... Lass uns dann mal noch weiter darüber nachdenken. Was? Darüber habe ich nicht gerecht. Ich auch nicht. Schon wieder von vorne. Das ganze Level von vorne. Nein! Nicht das ganze Level! Ja! Lass uns mal darüber weiter nachdenken. Schlag das Ding! Ach, man muss es gar nicht schlagen. Man muss mal gegen rücken. Ich bin schon wieder zum zerschreddernden Tod. Und dann... Bam, 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 verpasst. Bam, bam, bam! Wenn mich rechtzeitig frei ist hier oben... Wo kriege ich das hin? Oha! Das freu ich gar nicht. Achso, das ist auch gut. Ist ok. Oh, guck mal! Kann das hier unten ranhängen? Hängt wieder! Bitte nach! Ich bin schon wieder in die Suppe gefahren. Ne, du befreie mich doch nicht! Du befreist mich nie! Wieso befreist du mich nie? Okay, lass uns doch mal länger drüber sprechen. Ja, was meinst du denn? Aber was hab ich zweifeln lassen? Warum bist du so überzeugt, gleich zu sagen, nee? Weil es Leute gibt, die sich selber tatsächlich nicht ausstehen können, oder die glauben, dass sie sich ausstehen können, die aber die Eigenschaften, die sie haben, bei anderen Menschen nicht akzeptieren würden. Aber meinst du denen, ist das bewusst? Das ist nicht zwangsläufig. Ja, also würde doch jeder unterschreiben, ich wäre gern mit mir selbst befreundet. Nee, es gibt auch wirklich Leute, die sich nicht selber richtig schlimm finden und hassen. Aber ist nicht vielleicht immer der ein Mensch, der genauso ist wie man selbst, jemand, mit dem man gerne seine Zeit verbringen möchte? Nein! Es gibt genau die Leute, die sich von sich ertragen können, die sich selber langweilig, unwichtig, unnütz, ekelhaft, was auch noch, wenn sie richtig viele. Ja, aber kann es nicht vielleicht sein, dass die das trotzdem cool fänden, mit genau solchen Leuten zu tun zu haben? Nee. Die können sich ja selber kaum ertragen. Ja, aber es heißt ja nichts anderes eigentlich, als dass man auf jeden Fall jemanden hat, mit dem man über vieles reden kann, dieselben Ansichten verteilen. Wollen sie das nicht? Vielleicht sind sie sick of themselves. Ich weiß nicht, ob ich so gern mit mir befreundet, was hätt ich mir denn schon zu sagen? Na, alles, was du hören willst. Gut. Na, jetzt sind wir in Eisenstein, du hast deutlich mehr gesammelt als ich, aber das macht nichts, weil ich war der Supportive Character in der Leading Role. Komm schon wieder nicht 300. Macht auch nichts. Wir haben noch 200 Schatten, ne? Nein! 281. 71. Kein 80. 1 zu 2. Wieso dachte ich das denn schon wieder? Ich bin nicht der rechnende Bruder. Nein. Das ist wirklich die einzige Art von Denkleistung, zu der man nicht mehr entstande ist. Du kannst echt nicht gut rechnen. Boah, das andere geht mir jetzt auch im Sack, die Stille. Scheiße. Überall immer diese ... Geräusche. Das wäre das schon für den Snow, stopp. Video ist zu Ende. Wollen wir noch eins machen? Kurtes Video. Ich glaub nicht, ich weiß, was wir stattdessen machen. Okay. Goodbye, Ruby Tuesday. Goodbye, Ruby Tuesday.